Die Katze aus dem Sacklassen Nadine war nur ein Lockvogel. Wirklich getestet hat ihn gerade einer der härtesten Knicke-Trainer Deutschlands. Ich habe hier vorne gesessen und habe so getan, als hätte ich Spaghetti-Soße mit Spaghetti gegessen. Habe ich aber gar nicht gemacht, sondern ich habe immer geschaut, was du hier so treibst. Nicht dauernd Danke sagen. Dankeschön. 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 Aber man sagt nur dann Danke, wenn sie bitte sagt, mit dem Buttermesser die Auster zu löffeln. Das war schon wirklich fortgeschritten. Das Buttermesser habe ich zum ersten Mal gesehen. So, es wird nicht mit Wasser angestoßen. Nur mit Sekt oder Champagner. Auch nicht mit Wein. Wir haben ja hier ein wie-viel-Sterne-Restaurant. Da wäre das natürlich jetzt nicht ganz angemessen. Wobei das von vorne noch besser aussieht als von hinten. Die weißen Tennissocken, die sind jetzt mehr so ein...